Hallo, hier ist Orangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Auswahlmethode Western Restaurant ist eine gemeinsame Essteller, ist eine keramische Klasse, runde Essteller. Essteller ist oft mit einigen Gemüse und Obst ausgestattet. Ferien in der Wahl der westlichen Essteller Können Sie die Farbe der Ebene, wie reine weiße runde Keramik-Esteller oder eine leicht strukturierte große Porzellanplatte wählen. 3.2 Chinesisches Essen Chinesisches Essen ist eine größere Portion als westliches Essen. Also ist der chinesische Essteller größer als westliches Essen. Die meisten Chinesen leben über drei Generationen zusammen. Besonders in ländlichen Gegenden, wo eine große Familie, ein Dutzend oder sogar 30 oder 40 Personen zusammenleben. Daher ist die Größe des Tellers besonders wichtig. Also, welche Art von Teller ist geeignet? Auswahlmethode Chinesisches Essen ist in der Regel in Gerichte und Suppe unterteilt. Vor allem im Süden, beim Essen mit Suppe. Und chinesisches Essen wird mehr als einen Teller Essen pro Mahlzeit haben. Für die Feen, die eine Menge Leute zu Hause haben, wählen Sie eine mäßig große runde Platte. Um Gerichte zu servieren, ist die vielseitigste. Jede Platte ist nicht zu groß. Auch wenn die Anzahl von mehr wird nicht zu viel Platz auf dem Tisch nehmen. Suppe kann den Palast Suppe Nest Platte O wählen. Da es viele chinesische Gerichte gibt, gibt es auch viele Farben der Gerichte. So für den Heimgebrauch, ist es am besten, weiße mit einfachen Mustern zu wählen. 3.3 Nachspeise Auswahlmethode Feen in der Auswahl der Dessertteller kann als leicht hochgezogen der Rand des flachen Bodens runde Platte O. Es ist das gleiche wie der Strohhutplatte. Mit dem klassischen Modell der gleichen vielseitig nah. Für das Laden einer Vielzahl von Desserts ist sehr komfortabel A. Und die Farbe der Platte kann auf der Grundlage der Farbe des Desserts zu wählen O. Wie ein Käsekuchen in der blauen Platte. Wie der blaue Himmel schwebenden Wolken wie klar und sauber. Feen Haben Sie den Essteller gefunden, der Sie zu einer anspruchsvollen Frau macht? Selbst die einfachsten drei Mahlzeiten am Tag nicht gönnen Sie sich. Um ihr Leben mehr Exquisite O. If you are interested in our videos, remember to follow us. Romgut, more than 4.500 Restaurant Choice. We will keep surprising you. See you.